Wenn man ein fremdes Volk versteht, dann muss man zuerst seine Musik begreifen. Der Kurs fängt am 9 Uhr an. Das ist einfach etwas, das man nicht in einem Kurs lernen kann. Ich verstehe kein Wort. Sicher ein bisschen zu öffnen für andere Kulturen, total. Danni mal gut. Hallo zusammen. Hier ist das erste Mal von den Dänenbergen. Bitte Applaus. Und seit danni mit mir in die Salsen kommt, verstehen wir uns auch besser. Noch besser. Wir waren auf alle Fels Paare vom Abend. Bob, er hatte total den Applaus. Ich meine, Musik verbindet alle Menschen. Das ist eine wahre Völkerverständigung. Und es gibt jedes Jahr einen Song, den verstehen einfach alle. Der Summe-Hit. Ja, ich habe den Song schon fast fertig. Es ist akkomponiert. Ich bin die Einzige, die es gehört. Ich meine, wenn ich die Jazz das erste Mal gesehen habe, dann bin ich einfach weg gewesen. Es ist wie ein Seelenbruder für mich. Talent, Aussehen, Unentdeckt. Also praktisch Unentdeckt. Ja, grüß dich. Ich suche Jesse Brown. Klar, der Typ ist beschäftigt. Was? Spanier. Der hat was auf dem Kasten. Was? Spanier? Mom, kostet ja fast nichts. Du bist gay. Portugal. Los Angeles. Die Völkerverständigung ist ganz einfach. Du brauchst nur zwei Nummern. Zwei Telefone. Mom, hat jemand für mich angehört? Dann mal nicht. Ja? Ja, tschau Dennis. Hey, das ist der Jesse. Hey, ich rufe gerade zurück. Telefonieren Sie so günstig wie noch nie ins Ausland. Hey, Jesse. Der Song, den du mir schickst, ist so hammer. Da müssen wir um... Mit einem Halbpreis-Abo von Swisscom Fixnet. Melden Sie sich jetzt an. Ja, klar. Die Single, die kommt.